Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir denn die besten Flachheftgerät-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Titel, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Punkt. Auf Platz 5, haben wir die Leitz 55.230.095 flach. Die besten Flachhefter im Test war 552.300.985 Next von Leitz Modell. Der Gewinner ist günstig und auch in Bezug auf die Menge an Papier, kann auf einen Schlag im Mittelfeld geheftet werden. Hey, angeregt durch einen trendigen Stil, drei wählbare Farbe-Alternativen und eine robuste Qualität. Dies macht den Hefter ideal für täglichen Arbeitsplatzarbeit und ebenso in der Privatwirtschaft. Im Test er verwaltet Heften bis zu 40 Blatt auf. Einmal oder mit einiger Mühe, bis zu 50 Seiten könnte noch schön geheftet. Zusammen, die federbelastete System ist typisch für alltägliche Hefter und arbeitete völlig im Test und ohne Probleme. Punkt. Der Hefter kann ausgeführt werden, mit den Heftklammern 24-6, 26-6 und 24-8 der Aufmerksamkeit geschenkt werden, die richtige Auswahl der Klammern. Hier, denn wenn das Gerät durch eine falsche Option Klammern stecken, blieb, war es wirklich schwierig für die Tester wieder aufstehen. Wenn das Gerät dann leiden nicht, einen Defekt, aber setzen sie wieder in betriebsbereitem Zustand benötigt Stärke und Fähigkeit. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Leitz 55.490.081. Die Leitzmodell 55.490.081 ist ein Heftenwerkzeug. Dies kann im Gegensatz zu den flachen Hefter mit einer Hand und ohne die Hilfe auf eine glatten Oberfläche genutzt werden, aufgrund der langen Henkeln, die ergonomisch geformt sind. Die Tester waren im Allgemeinen sehr gut mit dem Element und auch die Kraft der Übertragung mit flachen Hefter mithalten könnte. Im Testheftkopfzange behandelt etwa 30 Blätter ohne erhebliche Probleme und Aufwand und Hinterlademechanik für das Nachfüllen der Heftklammern 24.6 oder 24.8 arbeitete zuverlässig und gut. Sogar mit ein paar Seiten mehr könnte, aber mit ein wenig mehr Aufwand, immer noch gute Ergebnisse erreicht werden können. Das Gartget ist ein bisschen teurer im Vergleich zu Einsteigergeräten. Aber auch besteht komplett aus Metall und von extrem hoher Qualität. Daher, es ist sehr haltbar und es kann oft ein bisschen mehr Kraft investiert. Die einzige Ohnmacht ist der Kunststoff Brustwarze, die die Klammern in der Schiene hält. Auf Platz 3, haben wir die Leitz Kleines. Die billige flache Tacker Leitz überzeugt durch eine exzellente Verarbeitung zu einem wirklich günstigen Preis. Mit deutlich unter 10 Euro und die Verfügbarkeit in 4 Farbvarianten. Es ist perfekt für den privaten Gebrauch und konnte ebenso überzeugen im täglichen Arbeitsplatz. Er, der Hefter behandelt eher zuverlässige 15 Blatt zu einem Zeitpunkt. Im Test und das Produkt kann weiterhin auch bei Überlast. Es war nicht möglich in den Test zuverlässig wesentlich mehr als 15 Blatt zu einem Zeitpunkt. Hier kann es häufiger zu fehlern oder vielleicht Schäden am Papier oder Bruch der Brackets. Mit dem Garten, Heftklammern Typ 24-6 und 26-6 genutzt werden und sättigend, gefastet und glatt im Test. Wenn sie versuchen, einen grundlegenden, aber robusten und erschwinglichen Hefter für ihr Zuhause finden und kaum mehr als 10 bis 15 Blätter auf einmal heften möchten, reicht der Leitz 55 Millionen 10.095 Next X Okay. Für sie, für eine größere Last oder bessere Hefter ist Effizienz mit. Zahlreiche Blätter jedoch lohnt sich die Investition in ein etwas. Kostspieligere Hefte Umzug auf Nummer 2, haben wir die Flachheftgerät 6 mm. Die Leitz extra starke flache Hefte war sehr teuer im Test, jedoch konnte die Tester in allen Bereichen aufgrund der längeren nutzen sie Auswirkungen und die damit verbundene wirklich starken Heftenleistung zu fördern. Im Testehefter machte es leicht, 60 Blatt von 80 G-M in einem Rutsch zu heften und nicht an einige weitere Seiten zu stoppen. Dadurch eignet sich das Modell für Arbeitsplätze oder persönlichen Gebrauch mit großem Druckvolumen. Insbesondere haben Auszubildende in Test dieser Vorteil deutlich hervorgehoben, das D-Sichen erfordert. Heftklammern 2510, die seine Verwendung in dieser Hinsicht beschränkt. Haben Sie eine höhere Heftenanforderung im Alltag, kann aber dieser kleine Nachteil sicherlich verwenden. Die Qualität des Materials ist in Bezug auf den relativ hohen Preis eher schwach, da es im Test bei schweren Belastungen eher Defektschaden von. Der Kunststofffuß, zum Beispiel, blieb aber eher im täglichen Gebrauch. Überzeugend konnte uns die Belastungen gut gehalten. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die General Office. Die Low-Cost-Hefter von General Office konnte im Test durch seine sehr gute Kraftübertragung und Stabilität der exakt gleichen Zeit vorteilhaft. Preis zu fördern. Es kann gerüstet werden mit Klammern zwischen 6 und 13 mm Höhe, die ausreicht, um bis zu 100 Blatt in einem Rutsch zu heften. Insgesamt, die Nutzung des Tackers ist ein bisschen schwerer als mit leichter und kompakter Modelle, es kann jedoch ebenfalls mehr Leistung übertragen. Visuell, wurde der Hefter von den Testern nur schlecht bewertet, der ein nicht sehr schlau sieht und ziemlich viel Platz verbraucht. In Bezug auf Funktionalität jedoch gibt es nicht viel zu mekern. Abgesehen von Unruhen in kleiner Größe Mengen von Papier mit lange Heftklammern heften. Manchmal gute Ergebnisse nicht erreicht werden. Konnte, was impliziert, dass die Klammern müssen, als geändert werden. Erforderlich. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video. Unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.